Platz 1 geht an ein Casco Roadstar Speedmask. Ein außergewöhnliches Modell der oberen Preisklasse ist der Casco Roadstar in Visiervariante, ein echter Hingucker. Zwar müssen Brillenträger etwas genauer darauf achten, ob er passt, doch rundum sitzt der sportlich designte Helm enorm komfortabel und ist für seine Form obendrein angenehm leicht. Er bietet einen guten Halt und garantiert durch seine Reflektorenstreifen auch bei widrigen Verhältnissen sichtbar. Natürlich ist er keineswegs günstig, doch dafür bekommt man einen hervorragenden Radhelm, der auch noch schick aussieht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.